Moin, hallo und willkommen zurück zu Silence. Ich bin mit Rene unterwegs jetzt hier und auch mit Controller, weil mit Dingen ist das, was nicht funktioniert, leider. Mit Maus und Tastatou, ich weiß nicht genau, wie man die Balance hält. Ich kriege das mit der Maus nicht hin, wenn ich die hin und her schiebe oder gedrückt halte oder sonst irgendwie. Das wollte er einfach nicht. Das heißt, wir müssen wieder mit Controller spielen. Ich hoffe mal, das kriegen wir hin. Oh, eine königliche Schatzkiste. Und ich bin die Königin. Okay, jetzt ist es muss drauf. Ne, geht nicht auf, ne? Doch. Was gibt's Tolles? Hm, das darfst du ihm auch nicht sagen. Ich weiß nicht, dass dir keine Statue von der Königin steht. Ich würde gerne wissen, wie sie aussieht. Okay. Spot? Pssst, mein kleines grünes Baby. Schlaft, meine Untertagen. Schlaft. Wenn ihr aufwacht, gibt's Rühreier mit Speck. Hm, Rühreier mit Speck, okay. Rühreier mit Speck. So, was haben wir denn hier alles im Angebot? Und, äh, diese Sachen, wir können da lang gehen oder da lang gehen. Wir können zum Honigbaum gehen oder wir können bergauf gehen. Wir gehen bergauf. Kira, wo sind die beiden hin? Geht nicht. Noah, bist du da? Okay, wir können nicht weitergehen hier. Der pennt sich noch einen. Die Botschaft. Die Krakelschrift könnte ich nicht mal lesen, wenn ich lesen könnte. Die Krakelschrift kann sie nicht lesen, okay. Dann lass uns der Kiste mitnehmen. Eine Spieluhr. Wie schön. Oh nein. Das ist nicht gut. Keine Zeit zum Spielen. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Nicht dran ziehen. Aha, ganz unten haben sie die Pistole versteckt. Sie sieht gar nicht aus wie eine echte. Ob die überhaupt schießen kann? Oh, oh. Nicht gut. Jetzt weiß jeder Bescheid. Aber ich... Was ist passiert? Gar nichts. Fehlalarm. Sie ging ganz von selber los. Oh, Winnie. Ich habe so einen Schreck gekriegt. Das wollte ich nicht. Hast du Janus gefunden? Nein. Aber den Krater, den er erwähnt hat. Seine Pfeife und sein Vogelsymbol auf einer Tür. Dann warst du auf dem richtigen Weg. Los. Wir brechen sofort auf. Aber da war ein Sucher. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Ich weiß wie. Wir könnten eine Falle bauen. Ich habe eine bessere Idee. Wieso nicht? Das ließe sich bewerkstelligen. Hallo? Hört ihr mich gar nicht? Verschaff die Gehör und zwar laut. Zieh Noah am Ärmel. Komm, wir ziehen mal ganz vorsichtig. Sucher sehen mich nicht. Das weiß ich ganz genau. Die Sucher sind blind. Sie können gar nichts sehen. Ich meine doch, er nimmt mich nicht wahr. Weißt du nicht mehr, Sam? Natürlich nicht. Du bist ein kleines Mädchen. Genau. Und wir beschützen dich. Aber er hat mich auch nicht gehört. Wir machen ihn auf uns aufmerksam und locken ihn so in den Waffen. Da haben wir was vorbereitet. Ein Loch im Boden, das wir abgedeckt haben. Abdecken brauchen wir es gar nicht. Vergesst nicht, dass wir blind sind. Jetzt habe ich das Gefühl, dass René nachher die ist, die uns hier den Arsch rettet. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Ach, das lasse ich besser. Ich? Ich bin sicher, die Sucher bemerken mich gar nicht. Genauso wenig wie ihr beiden. Komm, Spot. Wir befreien Janus. Oh, oh. Gar nicht gut. Oh nein, das ist nicht gut. Das Schönste am Herbst ist das Laub. Erstmal Blödsinn machen. Jetzt spielen wir erstmal mit dem ganzen Lauf. Das klang nicht so toll. Kettenhund? Wieso ist er angebunden, wenn er doch aus Stein ist? Gute Frage. Hey Pilz, warum wächst du ausgerechnet da? Ich sag's dir ungern, aber du störst. Spot, da ist Wasser. Schiebetür kriegen wir nicht weg. Wir sind zu klein dafür. Die geht bestreit. Siehst du? Das ist die Erwachsenentür. Die Erwachsenentür, okay. So, jetzt sind wir dran. Wir ziehen uns mal hier ein bisschen Wasser. Auf den Pilz. Interessiert den Pilz nicht. Können wir den Pilz essen? Meinst du, der könnte dir schmecken? Hab ich mir gedacht. Okay. Kleine Öffnung. Können wir wechseln jetzt? Wir können ja hier die verschiedenen Formen annehmen. Ähm. Aha. Gucken wir mal. Kommen wir da durch? Kommen wir. Manchmal ist es gut, klein zu sein. Okay. Die Schlangen machen gerade, was sie wollen. Die steht direkt am Eingang, wie ein Wachhund. Der klemme ich das Wasser ab. Müssen wir das Wasser abklemmen? Okay. Herrje, die wächst ja aus einem Kronleuchter. Noch so eine Pollen-Schleuder. Können wir die umstellen? Oh, das kenne ich. Ich glaube, die Trompete ist kaputt. Ich bin die Banjo-Königin. La, 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 la. Ich werde mal Sängerin. Okay. Und mit der Triangel? Das ist ja ulkig. Das ist total verstimmt. Okay. Das können wir, glaube ich, nicht hochheben. Oh je, das kriege ich kein bisschen auf. Mit der Kette könnte ich vielleicht die Lampe raufziehen. Und die Blume wäre aus dem Weg. Was heißt, wir müssen die Blumen jetzt hier aus dem Weg räumen, oder wie, oder was? Warum machen wir das denn jetzt? Hm. Okay, das heißt, wir müssen Spot erstmal irgendwie helfen, dass er nicht niesen muss. Ich weiß nur nicht genau, wie wir das machen hier. Ich weiß, wie ich hier rauskomme. Auf jeden Fall nicht darüber. Nur durch die kleine Öffnung. Okay. Wir müssen das Wasser abdrehen. Das heißt, du bist dran. Wir müssen hier den Ketten... Kannst du mir helfen, den von hier wegzuschieben? Den Platten. Okay. Dann will ich mal los. Okay. Gut gemacht, Spotty. Aha. Kannst du den Fensterladen wegziehen? Ah, ist das schwer. Oh. Okay, jetzt sind die Blumenblasen aufgehört. Spot, du kannst kommen. Die Blumen am Eingang ist schon mal zu. Okay. Spot ist da. Warte am besten hier. Ich ruf dich, wenn ich dich brauche. Jetzt müssen wir den Kronleuchter da wieder raufkriegen. So was schaffen nur starke Ritter. Das heißt, wir müssen jetzt da hin. Wir müssen jetzt hier. Da schwere Gitter. Spot muss jetzt müssen... Das kriegst du bestimmt auf, wetten? Oh. Oh. Oh-oh. Okay. Aha. Jetzt kommen wir da durch. Oder nicht? Komm, Spotty. Da krabbeln wir durch. Jetzt müssen wir da irgendwie in die Kette ran. Schau mal, Spot. Ich kann fliegen. Oh-oh. Oh. So geht's. Hurra. Okay. Jetzt hat sie die Kette da einfach eingehängt. Okay. Jetzt müssen wir die letzte nur noch zumachen. Das ist das Sonnenlicht. Das heißt, wir müssen noch nach oben. Das heißt, wir müssen irgendwie das Sonnenlicht abdecken. Gucken wir mal. Kann Spot das noch mal machen? Kannst du das zumachen? Tut mir leid, Spotty. Wird nicht lang dauern. Und jetzt ist Ruhe. Okay, jetzt müssen wir erst wieder nach unten. Dann klettert man nach oben. Dann kann Spot nachkommen. Ich bin mir nicht sicher. Ob das so eine gute Idee ist? Der Pollenladen ist geschlossen. So. Der Pollenladen ist geschlossen. So kann man es auch sagen. Hä? Wo sind denn die Schlangen hin? Komisch. Jetzt sind da Sprossen, die direkt zur Tür aufführen. Danke, liebe Schlangen. Und wie kommt man da hin? Oh, es geht gerade so. Und dann ab zur Tür, ne? Ne, warte mal. Das ist ein Fenster. Da kann man rausgucken. Da ist die Schlucht. Spottty muss auf jeden Fall mit. Okay. Das Problem ist aber, jetzt geht Dings wieder auf. Ach, jetzt macht es das nicht mehr, komischerweise. Okay. Komm, Spottty. Wir gehen. Mal sehen, ob ihr mich wirklich nicht bemerkt. Vorbeischleichen. Wir wollen ihn nicht ärgern. Sch, ganz leise. Boo! Yay! Es klappt, Spottty! Versteck dich weiter hinten. Okay. Wow, das ist ja eine tolle Tonfene. Tonfene? Kann ich da hinten... Zu heiß für meine Füße. Ich würde den Stein gerne anquatschen, aber kann ich gerade nicht. Wir gehen mal weiter. Ralf, da kommt ein kleines Beinwesen. Sieht eigentlich ganz nett aus. Ralf, nun rede doch endlich wieder mit mir. Hallo. Sag bloß, du bist einer von den beiden Steinbrüdern. Ich habe schon viel von euch gehört. Wirklich? Also, ich bin Ingo und hinter mir ist Ralf. Aber hinter dir ist gar keiner. Was? Das kann nicht sein. Schau doch selbst. Ja, wirklich. Wo ist der hin? Ruhige Ingo, beunruhige. Wo rügen wir ihn? Ich weiß nicht, aber ich kann dir suchen helfen. Aber zuerst muss ich den alten Janus finden. Du hast ihn nicht zufällig gesehen? Meinst du, dass weißhaarige Beinwesen das kopfüber am Geflügelten hing? Das wurde hinauf auf den Gipfel verschleppt. Oh. Wie komme ich denn auf den Gipfel rauf? Durch das Steintor. Ralf wüsste, wie es aufgeht. Er hat jahrhundertelang in die Richtung geschaut. Wann hast du Ralf denn das letzte Mal gesehen? Gesehen? Direkt noch nie. Er war ja immer hinter mir. Aber gehört habe ich ihn das letzte Mal vor ein paar Tagen, als etwas vom Himmel fiel und die Erde gewackelt hat. Und was hat er da gesagt? Ah! Dann ist er da bestimmt hinuntergestürzt. Oh je. Und ich dachte, er wäre sauer auf mich. Ich finde Ralf. Okay, wir suchen Ralf. Die Steinrolle ist zerbrochen. Du hättest mal sehen sollen, wie der Sucher hier gewütet hat. Warum hat er das gemacht? Na, weil er doch uns Steine vernichten will. Okay, er wird uns Steine vernichten. Hier ist Quarz. Was sind das denn für komische Blüten? Quarze. Verwandtschaft um drei Ecken. Toll! Vielleicht kriege ich ja ein Stück davon ab. Okay. Hast du etwa ein Stück Quarz abgeschlagen? Schlimm? Ach, äh, wächst ja wieder nach. Wirklich? Ja, in ein bis zweitausend Jahren ist der Millimeter wieder dran. Erst mal ein bisschen wert im Millimeter. In ein bis zweitausend Jahren ist der wieder dran. Kein Problem. Alles klar. Tippeln hier mal. Wir sind durch die Gegend. Steintor. Da kommt man zum Gipfel rauf, ja? Ralf weiß wie. Halte durch. Wir müssen nur... Da taugt nicht hin. Was soll das hier sein, Ingo? Keine Ahnung. Das lag immer in Ralfs Blickrichtung. Die Gebetsmühlen. Die haben wir hier. Der olle Stachelbursch piekst wie verrückt. Der piekst wie verrückt. Okay. Hm, da drüben kommen wir nicht hin. Wir wissen, wo Ralf ist. Ralf ist drüben. So kriege ich Ralf nicht hierher. Okay. Da müssen wir definitiv eine Brücke bauen. Bin gleich wieder da, Ingo. Okidoki. Jetzt fehlt mir wieder Mana Ingo. Von Gronkh. Oh Mann. Mana Ingo. Hallo, Ralf? Halte durch. Ich hole dich bald da raus. Ich brauche keine Hilfe. Na und? Lass ihm seinen Willen. Na und? Ich helfe dir aber trotzdem. Okay. Jetzt können wir den Sucher angucken. Oh oh. Komm, Spotty. Jetzt können wir uns eine Brücke bauen. Kann Spot zufälligerweise irgendwie was machen. Lavakrater. Nein, Spotty. Das ist heiß. Oh oh. Wow. Du bist Drachen, Spot. Drachen, Spot. Kann ich da aus dem Krater raus? Ne, ich muss es hier machen, ne? Was mache ich denn hier? Können wir Ralf damit anlingsen? Warte mal, das würde mich interessieren. Ich würde gerne da oben. Da war es doch gerade. Wow, du spuckst Feuer wie ein richtiger Drache. Da war es, Fontäne. Was können wir da machen? Ich würde gerne... Das ist nicht so... Er sagt, äh, äh. Das heißt, wir müssen irgendwas anderes machen hier. Die Blubberblase. Das ist so eine gute Idee ist. Ich weiß es noch nicht genau. Wir gucken mal. Das wieder machen? Ne, wir werden nicht machen. Okay, wir können Lava interessanterweise verschlucken. Können wir das Zeug hier auch verschlucken? Nee, können wir nicht. Können wir... ...ne Brücke bauen? Okay. Hallo, da bin ich. Na und? Komm Ralfi, ich stecke dich ein. Nenn mich nicht Ralfi. Und ich lasse mich nicht rumtragen. Aber wie soll ich dich denn sonst hinaufbekommen? Mir egal. Tragen lasse ich mich auf jeden Fall nicht. Okay, dann rolle ich dich. Echt jetzt? Das wird ewig dauern. Hey Ralf, so hab ich dich ja noch nie gesehen. Bist du überhaupt Ralf? Halt die Klappe, Ingo. Ja, du bist es. Danke für deine Hilfe. Du hast was gut bei uns. Übertreib es nicht. Danke dich bei Ingo für das Angebot. Das ist ja wohl das Mindeste. Bedank dich bei Ingo für das Angebot. Danke, ihr beiden seid so süß. Wir sind nicht süß. Wir sind steinhart. Ihr könnt mir mit dem Steintor helfen. Du weißt, wie das aufgeht. Ralfi? Man muss die Gebetsmühlen richtig drehen. Aber die sind gar nicht in den Halterungen. Du meinst, die Steine wollen. Gut, ich bringe sie zurück. Dann sagst du mir, wie ich sie drehen muss. Und schwuppdiwupp geht das Tor auf. Schauen wir mal. Der Sucher muss echt sauer gewesen sein. Wie kann man denn Steine kitten? Bestimmt nicht mit Spucke. Vielleicht ja doch. Kommt auf die Spucke an. Auf die Spucke kommt's an. Alles klar. So, wir müssen wir wechseln. Du musst mal hier eine Brücke bauen. Mein Freund. Und zwar zum Plateau. Oh, du bist so cool, Sputty. Das wär nix für mich. Ich würd da... Das... Nee. Vor allem, der ist ja wie Gumi. Der gibt ja nach eigentlich, ne? Nee, der war tatsächlich stabil, okay? Der muss echt Muskeln haben. Mit ohne Hilfe krieg ich das nicht vom Fleck. Mit ohne Hilfe krieg ich das nicht vom Fleck. Tja, wie machen wir das denn? Wir brauchen Hilfe. Da kommen wir also nicht hin, weil es zu schwer. Spot muss mal gerade für uns was erledigen. Warte mal, können wir da was machen? Nee, da piekst doch eigentlich der Dornmusch. Das geht doch nicht. Wir müssen das eigentlich abbrennen. Ich geh mal gerade zurück. Kann ich mit dir zurückgehen und wiederkommen? Ich hätte gern ein bisschen Feuer zu mitnehmen. Vielleicht komm ich ja doch langsam ein bisschen Fahrt im Spiel. Nein, 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 nein. So, man muss das wechseln. Ich hole natürlich da mal rüber. Wurde immer eine ordentliche Portion. Das geht, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt ist er, äh, wie cool ist das denn? Jetzt müssen wir so platt machen und dann müssen wir hier... Wir müssen erst wieder rüber. Oh, du bist so cool, Spotty. Das ist ja krass. Jetzt können wir da rüber. Und dann müssen wir das Ding anschubsen. Das geht ja nicht, ne? Oder doch? Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Nee, wir brauchen Hilfe. Ich kann das nicht zwitschen. Wir müssen jetzt irgendwas anderes machen. Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Wie mache ich denn das jetzt? Mit ohne Hilfe kriege ich das nicht vom Fleck. Ich dachte, so was Süchsenwüllerei und so gehst du da mal hin, aber, hm. Wie mache ich denn das jetzt? Ich muss das eigentlich rüber machen, da. Es ist ja wieder hier. Können wir versuchen, erst mal das Ding zu kitten, vielleicht. Können wir uns ein bisschen was von dem Zeug holen? Können wir hier ein bisschen Feuer mitnehmen? Oder? Der kann echt alles fressen, ne? Komm, jetzt gehen wir rüber. Hier, warte da. Dann müssen wir lang hier drüben. Äh, hier. Ja, jetzt. Bin ich ein bisschen falsch gerollt. Was? Wieso Kohle hat der wieder zurück? Hä? Wieso Kohle hat der wieder zurück? Geht das nicht? Doch, ich muss... Moment, hier drauf... draufsprühen. Und jetzt zusammendrücken. Es hält! Okay, gewitzmühle. Müssen wir echt aufpumpen? Das bringt uns aber nicht weiter, wir müssen das eigentlich so machen. Okay, da kommen wir nicht weiter. Du kannst das auch nicht machen, die ist zu schwer, glaube ich, ne? Mit ohne Hilfe kriege ich das Licht vom Fleck. Wir brauchen definitiv Hilfe. Ich gucke mal, ob wir da unten dieses Zeug holen können. Dieses, ich weiß gar nicht, was ist das? Pech oder was das ist da? Darauf springen konnten wir nicht. Vielleicht können wir uns eine Portion holen. Nochmal. Ich würde die gerne mitnehmen, hier die Blubberblase, aber das geht nicht. Das will er nicht. Wir brauchen definitiv Hilfe. Ich weiß nicht genau, wir kommen ja nicht weiter. Hör ab vor, ihr Teufel! Hör auf damit! Läscherlich, dieses aufgeblasene Getue! Ich find's lustig! Selber Hu! Selber Hu! Mal, was können wir wechseln? Ihr Steinbruder könnt mir auch nicht helfen. Ihr habt ja nicht mal Armung. Tut mir leid. Hör auf zu jammern, wir haben vielleicht keine Arme. Aber dafür haben wir unser Geheimnis. Ein Geheimnis? Jep. Das nur Steine kennen. Ein mächtiges Geheimnis. Das unglaubliche Macht verleiht. Wow! Und was für eins? Ja, Ralf, was meinst du? Na, das magische Steinlied. Ein Lied? Aber das dürfen wir doch nicht singen. Ja, weil es geheim ist. Es darf nur in Ausnahmefällen allerhöchstens einmal in tausend Jahren gesungen werden. Von mehr als einem Stein. Und er wirkt nur bei Steinen, die jünger sind als die, die das Lied singen. Wenn wir es singen, kannst du die Steinrollen mit dem linken kleinen Finger heben. Das ist ja toll. Dann singt schnell los. Moment, Moment. Okay, die müssen singen. Interessant. Die müssen also singen. Die Frage ist... Wie machen wir das? Hm. Klar, die geht bis ins Mühle. Die können wir tatsächlich schon bewegen. Aber wir müssen hier noch gucken, wie wir das mit den Dornen machen. Das weiß ich noch nicht genau. Hm. Das müssen wir schauen. Ich würde sagen, das gucken wir uns dann in der nächsten Episode an. Ich hoffe, da fällt mir noch was ein. Wir müssen nämlich den Dornenbusch irgendwie wegmachen. Ich hätte gesagt, wir holen uns ein bisschen Lava und burnen den nochmal weg da. Das können wir nochmal ausprobieren. Wie gesagt, in der nächsten Episode. Ich sage danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.